Umgang mit Heidenangst. Angenommen, jemand in deiner Umgebung hat Heidenangst, also eine riesengroße Angst. Heidenangst ist ja so ein Ausdruck. Man hat angenommen, die Christen haben auch Angst, aber sie haben den Trost durch Gott und Jesus Christus. Währenddessen die Heiden haben Angst, aber sie haben nicht den Trost wie die Christen und deshalb ist ihre Angst viel größer. Sie haben eben Heidenangst. Gut, und das Wort hat sich heute verselbstständigt. Man kann Angst haben und noch mehr Heidenangst haben. Wenn jemand in deiner Umgebung Heidenangst hat, gilt es erst mal zu überlegen, hat er vielleicht Grund dafür? Jemand mit Krebs im Endstadium, der hat guten Grund, Heidenangst vor dem Tod zu haben oder vor den Schmerzen. Aber angenommen, jemand hat nur Heidenangst davor, einen Vortrag zu geben unter seinen Kollegen, dann ist das eine irrationale Angst. Und es gibt Menschen, die haben eine schwere Angststörung, die brauchen vielleicht eine psychotherapeutische oder eine psychiatrische Behandlung. Es hängt also ganz davon ab, wie du damit umgehst. Im Allgemeinen ist es gut, Menschen zuversicht zu geben, sie zu bestärken, ihnen zu helfen, sich der Angst zu stellen und trotz Heidenangst das zu tun, was zu tun ist. Wenn man eine Sache ein paar Mal gemacht hat, trotz Angst, lernt man, man kann sie trotzdem. Und selbst wenn man künftig weiter Angst hat, man weiß, man kann die Aufgabe erledigen, egal ob man jetzt Angst vor dem Vortrag hatte, Angst vor der Präsentation, Angst vor dem Verkaufsgespräch. Es spielt nicht die große Rolle. Man muss sich von seiner Angst nicht beherrschen lassen, auch nicht von seiner Heidenangst. Und diese Zuversicht kannst du einem anderen Mensch geben. Es ist nicht nötig, dass du einem anderen die Angst nimmst, aber du kannst ihm helfen, trotzdem aktiv zu sein.